Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Über dem Vesuv lagerte eine breite graue Nebelschicht, die sich nach Neapel hinüberdehnte und die kleinen Städte an jenem Küstenstrich verdunkelte. Das Meer lag still. An der Marine aber, die unter dem hohen Sorrentiner Felsenufer in einer engen Bucht angelegt ist, rührten sich schon Fischer mit ihren Weibern, die Kähne mit Netzen, die zum Fischen über Nacht draußen gelegen hatten, an großen Tauern an Land zu ziehen. Andere rüsteten ihre Barken, richteten die Segel zu und schleppten Ruder und Segelstangen aus den großen vergitterten Gewölben vor, die tief in den Felsen hineingebaut, über Nacht das Schiffgerät bewahren. Man sah keinen müßig gehen. Denn auch die Alten, die keine Fahrt mehr machen, reiten sich in die große Kette derer ein, die an den Netzen zogen, und hier und da stand ein Mütterchen mit der Spindel auf einem der flachen Dächer oder machte sich mit den Enkeln zu schaffen, während die Tochter dem Mann half. »Siehst du, Rachela, da ist unser Padre Curato«, sagte eine Alte zu einem kleinen Ding von zehn Jahren, das neben ihr seinen Spindelchen schwang. »Eben steigt er ins Schiff.« Der Antonino solle nach Capri hinüberfahren. »Maria Santissima, was sieht der ehrwürdige Herr noch verschlafen aus?« Und damit winkte sie mit der Hand einem kleinen, freundlichen Padre zu, der unten sich eben zurechtgesetzt hatte in der Barke, nachdem er seinen schwarzen Rock sorgfältig aufgehoben und über die Holzbank gebreitet hatte. Die anderen am Strand hielten mit Arbeit ein, um ihren Pfarrer abfahren zu sehen, der nach rechts und links freundlich nickte und grüßte. »Warum muß sie denn nach Capri, Großmutter?« fragte das Kind. »Haben die Leute dort keinen Pfarrer, daß sie unseren borgen müssen?« »Sei nicht zu einfältig«, sagte die Alte, »genug haben sie da und die schönsten Kirchen und sogar einen Einsiedler, wie wir ihn nicht haben. Aber da ist eine vornehme Signora, die hat lange hier in Sorrent gewohnt und war sehr krank, daß der Padre oft zu ihr mußte mit dem Hochwürdigsten, wenn sie dachten, sie übersteht keine Nacht mehr. Nun, die heilige Jungfrau hat ihr beigestanden, daß sie wieder frisch und gesund worden ist und hat alle Tage im Meere baden können. Als sie von hier fort ist, nach Capri hinüber, hat sie noch einen schönen Haufen Dukaten an die Kirche geschenkt und an das arme Volk und hat nicht fortwollen, sagen sie, ehe der Padre nicht versprochen hat, sie drüben zu besuchen, daß sie ihm beichten kann, denn es ist erstaunlich, was sie auf ihn hält. Und wir können uns segnen, daß wir ihn zum Pfarrer haben, der Gaben hat wie ein Erzbischof und dem die hohen Herrschaften nachfragen. Die Madonna sei mit ihm. Und damit winkte sie zum Schiffchen hinunter, daß eben abstoßen wollte. »Werden wir klares Wetter haben, mein Sohn?« fragte der kleine Priester und sah bedenklich nach Neapel hinüber. »Die Sonne ist noch nicht heraus,« erwiderte der Bursch. »Mit dem bisschen Nebel wird sie schon fertig werden. So fahr zu, daß wir vor der Hitze ankommen.« Antonino griff eben zu dem langen Ruder, um die Barke ins Freie zu treiben, als er plötzlich innehielt und nach der Höhe des steilen Weges hinaufsah, der von dem Städtchen Sorrent zur Marine hinabführt. Eine schlanke Mädchengestalt ward oben sichtbar, die eilig die Steine hinabschritt und mit einem Tuch winkte. Sie trug einen Bündelchen unterm Arm und der Aufzug war dürftig genug. Doch hatte sie eine fast vornehme, nur etwas wilde Art, den Kopf in den Nacken zu werfen, und die schwarze Flechte, die sie vorn über der Stirn umgeschlungen trug, stand ihr wie ein Diadem. »Worauf warten wir?« fragte der Pfarrer. »Es kommt da noch jemand auf die Barke zu, der auch wohl nach Capri will. Wenn ihr erlaubt, Padre, es geht darum nicht langsamer, denn es ist nur ein junges Ding von kaum 18 Jahren.« In diesem Augenblick trat das Mädchen hinter der Mauer hervor, die den gewundenen Weg einfaßt. »Laurella«, sagte der Pfarrer, »was hat sie in Capri zu tun?« Antonino zuckte die Achseln. Das Mädchen kam mit hastigen Schritten heran und sah vor sich hin. »Guten Tag, la Rabiata«, riefen einige von den jungen Schiffern. »Sie hätten wohl noch mehr gesagt, wenn die Gegenwart des Curato sie nicht in Respekt gehalten hätte, denn die trotzige, stumme Art, in der das Mädchen ihren Gruß hinnahm, schien die Übermütigen zu reizen. »Guten Tag, Laurella«, rief nun auch der Pfarrer. »Wie steht's? Willst du mit nach Capri?« »Wenn's erlaubt ist, Padre.« »Frage den Antonino, der ist der Patron der Barke. Ist jeder doch Herr seines Eigentums und Gott Herr über uns alle.« »Da ist ein halber Karlin«, sagte Laurella, ohne den jungen Schiffer anzusehen. »Wenn ich dafür mitkann?« »Du kannst's besser brauchen als ich«, brummte der Bursch und schob einige Körbe mit Orangen zurecht, daß Platz wurde. »Er sollte sie in Capri verkaufen, denn die Felseninsel trägt nicht genug für den Bedarf der vielen Besucher.« »Ich will nicht umsonst mit«, erwiderte das Mädchen und die schwarzen Augenbrauen zuckten. »Komm nur, Kind«, sagte der Pfarrer, »er ist ein braver Junge und will nicht reich werden von deinem bisschen Armut. Da steig ein«, und er reichte ihr die Hand, »und setz dich hier neben mich. Sieh, da hat er dir seine Jacke hingelegt, daß du weicher sitzen sollst. Mir hat es nicht so gut gemacht, aber junges Volk, das treibt's immer so. Für ein kleines Frauenzimmer wird mehr gesorgt als für zehn geistliche Herren. Nun, nun, brauchst dich nicht zu entschuldigen, Tonino. Es ist unseres Herrgotts Einrichtung, das sich gleich zugleich hält.« Laurella war inzwischen eingestiegen und hatte sich gesetzt, nachdem sie die Jacke ohne ein Wort zu sagen beiseitgeschoben hatte. Der junge Schiffer ließ sie liegen und murmelte was zwischen den Zähnen. Dann stieß er kräftig gegen den Uferdamm und der kleine Kahn flog in den Golf hinaus. »Was hast du da im Bündel?«, fragte der Pfarrer, während sie nun übers Meer hintrieben, daß ich eben von den ersten Sonnenstrahlen lichtete. »Seide, Garn und ein Brot, Padre. Ich soll die Seide an eine Frau in Capri verkaufen, die Bänder macht, und das Garn an eine andere. Hast du's selbst gesponnen?« »Ja, Herr.« »Wenn ich mich recht erinnere, hast du auch gelernt, Bänder zu machen?« »Ja, Herr, aber es geht wieder schlimmer mit der Mutter, daß ich nicht aus dem Hause kann, und einen eigenen Webstuhl können wir nicht bezahlen.« »Geht schlimmer, oh, oh. Da ich um Ostern bei euch war, saß jedoch auf. Der Frühling ist immer die böseste Zeit für sie. Seit wir die großen Stürme hatten und die Erdstöße, hat sie immer liegen müssen vor Schmerzen. »Lass nicht nach mit Beten und Bitten, mein Kind, daß die heilige Jungfrau Fürbitte tut, und sei brav und fleißig, damit dein Gebet erhört werde.« Nach einer Pause, »wie du da zum Strand herunterkamst,« riefen sie dir zu, »Guten Tag, Larabbiata, warum heißen sie dich so? Es ist kein schöner Name für eine Christin, die sanft sein soll und demütig.« Das Mädchen glühte über das ganze braune Gesicht und ihre Augen funkelten. »Sie haben ihren Spott mit mir, weil ich nicht tanze und singe und viel Redens mache wie andere. Sie sollten mich gehen lassen, ich tue ihnen ja nichts. Du könntest aber freundlich sein zu jedermann. Tanzen und singen mögen andere, denen das Leben leichter ist, aber ein gutes Wort geben schickt sich auch für einen Betrübten.« Sie sah vor sich nieder und zog die braunen Dichter zusammen, als wollte sie ihre schwarzen Augen drunter verstecken. Eine Weile fuhren sie schweigend dahin. Die Sonne stand nun prächtig über dem Gebirg, die Spitze des Vesuv ragte über die Wolkenschicht heraus, die noch den Fuß umzogen hielt, und die Häuser auf der Ebene von Sorrent blickten weiß aus den grünen Orangengärten hervor. »Hat jener Maler nichts wieder von sich hören lassen, Lorella, jener Neapolitaner, der dich zur Frau haben wollte?« fragte der Pfarrer. Sie schüttelte den Kopf. »Er kam damals, ein Bild von dir zu machen. Warum hast du es ihm abgeschlagen? Wozu wollte er es nur? Es sind andere schöner als ich. Und dann, wer weiß, was er damit getrieben hätte. Er hätte mich damit verzaubern können und meine Seele beschädigen oder mich gar zu Tode bringen,« sagte die Mutter. »Glaube nicht so sündliche Dinge,« sprach der Pfarrer ernsthaft. »Bist du nicht immer in Gottes Hand, ohne dessen Willen dir kein Haar vom Haupte fällt? Und soll ein Mensch mit so einem Bild in der Hand stärker sein als der Herrgott? Zudem konntest du ja sehen, dass er dir wohl wollte. Hat er dich sonst heiraten wollen?« Sie schwieg. »Und warum hast du ihn ausgeschlagen? Es soll ein braver Mann gewesen sein und ganz stattlich und hätte dich und deine Mutter besser ernähren können, als du es nun kannst mit dem bisschen Spinnen und Seide wickeln. »Wir sind arme Leute,« sagte sie heftig, »und meine Mutter nun gar seit so lange krank. Wir wären ihm nur zur Last gefallen. Und ich tauge auch nicht für einen Seniore. Wenn seine Freunde zu ihm gekommen wären, hätte er sich meiner geschämt. »Was du auch redest. Ich sage dir ja, dass es ein braver Herr war. Und überdies wollte er ja nach Sorrent übersiedeln. Es wird nicht bald so einer wiederkommen, der wie recht vom Himmel geschickt war, um euch aufzuhelfen. Ich will gar keinen Mann, niemals,« sagte sie ganz trotzig und wie vor sich hin. »Hast du ein Gelübde getan oder willst du in ein Kloster gehen?« Sie schüttelte den Kopf. »Die Leute haben Recht, die dir deinen Eigensinn vorhalten, wenn auch jener Name nicht schön ist. Bedenkst du nicht, dass du nicht allein auf der Welt bist und durch diesen Starrsinn deiner kranken Mutter das Leben und ihre Krankheit nur bitterer machst? Was kannst du für wichtige Gründe haben, jede rechtschaffende Hand abzuweisen, die dich und die Mutter stützen will?« »Antworte mir, Lorella!« »Ich habe wohl einen Grund,« sagte sie leise und zögernd. »Aber ich kann ihnen nichts sagen.« »Nichts sagen? Auch mir nicht? Nicht deinem Beichtvater, dem du doch sonst wohl zutraust, dass er es gut mit dir meint, oder nicht?« Sie nickte. »So erleichtere dein Herz, Kind. Wenn du Recht hast, will ich der Erste sein, dir Recht zu geben. Aber du bist jung und kennst die Welt wenig, und es möchte dich später einmal geräuen, wenn du um kindischer Gedanken willen dein Glück verscherzt hast.« Sie warf einen flüchtigen, scheuen Blick nach dem Burschen hinüber, der emsig rudernd hinten im Kahn saß und die wollene Mütze tief in die Stirn gezogen hatte. Er starrte zur Seite ins Meer und schien in seine eigenen Gedanken versunken zu sein. Der Pfarrer sah ihren Blick und neigte sein Ohr näher zu ihr. »Ihr habt meinen Vater nicht gekannt,« flüsterte sie, und ihre Augen sahen finster. »Deinen Vater? Er starb ja, denke ich, da du kaum zehn Jahre alt warst. Was hat dein Vater, dessen Seele im Paradiese sein möge, mit deinem Eigensinn zu schaffen?« »Ihr habt ihn nicht gekannt, Padre. Ihr wißt nicht, dass er allein schuld ist an der Krankheit der Mutter.« »Wie das?« Weil er sie misshandelt hat und geschlagen und mit Füßen getreten. Ich weiß noch die Nächte, wenn er nach Hause kam und war in Wut. Sie sagte ihm nie ein Wort und tat alles, was er wollte. Er aber schlug sie, daß mir das Herz brechen wollte. Ich zog dann die Decke über den Kopf und tat, als ob ich schliefe, weinte aber die ganze Nacht. Und wenn er sie dann am Boden liegen sah, verwandelt er sich plötzlich und hob sie auf und küßte sie, daß sie schrie, er werde sie ersticken. Die Mutter hat mir verboten, daß ich nie ein Wort davon sagen soll, aber es griff sie so an, daß sie nun die langen Jahre, seit er tot ist, noch nicht wieder gesund geworden ist. Und wenn sie früh sterben sollte, was der Himmel verhüte, ich weiß wohl, wer sie umgebracht hat. Der kleine Priester wiegte das Haupt und schien unschlüsslich, wie weit er seinem Beichtkind Recht geben sollte. Endlich sagte er, vergib ihm, wie ihm deine Mutter vergeben hat. Hefte nicht deine Gedanken an jene traurigen Bilder, Laurella. Es werden bessere Zeiten für dich kommen und dich alles vergessen machen. Nie vergesse ich das, sagte sie und schauerte zusammen. Und wißt, Padre, darum will ich eine Jungfrau bleiben, um keinem untertänig zu sein, der mich misshandelte und dann liebkoste. Wenn mich jetzt einer schlagen oder küssen will, so weiß ich mich zu wehren. Aber meine Mutter durfte sich schon nicht wehren, nicht der Schläge erwehren und nicht der Küsse, weil sie ihn lieb hatte. Und ich will keinen so lieb haben, daß ich um ihn krank und elend würde. Bist du nun nicht ein Kind und sprichst wie eine, die nichts weiß von dem, was auf Erden geschieht? Sind denn alle Männer wie dein armer Vater wahr, daß sie jeder Laune und Leidenschaft nachgeben und ihren Frauen schlecht begegnen? Hast du nicht rechtschaffende Menschen genug gesehen in der ganzen Nachbarschaft und Frauen, die in Frieden und Einigkeit mit ihren Männern leben? Von meinem Vater wußt es auch niemand, wie er zu meiner Mutter war, denn sie wäre eher tausendmal gestorben, als es einem Sagen und Klagen, und das alles, weil sie ihn liebte. Wenn es so um die Liebe ist, daß sie einem die Lippen schließt, wo man Hilfe schreien sollte und einen wehrlos macht gegen Ärgeres, als der ärgste Feind einem antun könnte, so will ich nie mein Herz an einen Mann hängen. Ich sage dir, daß du ein Kind bist und nicht weißt, was du sprichst. Du wirst auch viel gefragt werden von deinem Herzen, ob du lieben willst oder nicht, wenn seine Zeit gekommen ist. Dann hilft alles nichts, was du dir jetzt in den Kopf setzt. Wieder nach einer Pause. Und jener Maler, hast du ihm auch zugetraut, daß er dir hart begegnen würde? Er machte so Augen, wie ich sie bei meinem Vater gesehen habe, wenn er der Mutter abbat und sie in die Arme nehmen wollte, um ihr wieder gute Worte zu geben. Die Augen kenne ich. Es kann sie auch einer machen, der es übers Herz bringt, seine Frau zu schlagen, die ihm nie was zu Leide getan hat. Mir graute, wie ich die Augen wieder sah. Darauf schwieg sie beharrlich still. Auch der Pfarrer schwieg. Er besahm sich wohl auf viele schöne Sprüche, die er dem Mädchen hätte vorhalten können. Aber die Gegenwart des jungen Schiffes, der gegen das Ende der Beichte unruhiger geworden war, verschloss ihm den Mund. Als sie nach einer zweistündigen Fahrt in dem kleinen Hafen von Capri anlangten, trug Antonino den geistlichen Herrn aus dem Kahn über die letzten flachen Wellen und setzte ihn ehrerbietig ab. Doch hatte Laurella nicht warten wollen, bis er wieder zurück wartete und sie nachholte. Sie in der Amiröckchen zusammen, die Holzpantöffelchen in die rechte, das Bündel in die linke Hand und plätscherte hurtig ans Land. Ich bleibe heute wohl lang auf Capri, sagte der Padre, und du brauchst nicht auf mich zu warten. Vielleicht komme ich gar erst morgen nach Haus. Und du, Laurella, wenn du heimkommst, grüße die Mutter. Ich besuche euch in dieser Woche noch. Du fährst doch noch vor der Nacht zurück. Wenn Gelegenheit ist, sagte das Mädchen und machte sich an ihrem Rock zu schaffen. Du weißt, dass ich auch zurück muss, sprach Antonino, wie er meinte, in sehr gleichgültigem Ton. Ich warte auf dich bis Ave Maria. Wenn du da nicht kommst, soll mir's auch gleich sein. Du mußt kommen, Laurella, fiel der kleine Herr ein. Du darfst deine Mutter keine Nacht allein lassen. Ist's weit, wo du hin mußt? Auf Anna Capri, in eine Vigne. Und ich muß auf Capri zu. Behüt' dich Gottkind und dich, mein Sohn. Laurella küßte ihm die Hand und ließ ein Lebewohl fallen, in das sich der Padre und Antonino teilen mochten. Antonino indessen eignete sich's nicht zu. Er zog seine Mütze vor dem Padre und sah Laurella nicht an. Als sie ihm aber beide den Rücken gekehrt hatten, ließ er seine Augen nur kurze Zeit mit dem geistlichen Herrn wandern, der über das tiefe Kieselgeröll mühsam hinschritt und schickte sie dann dem Mädchen nach, das sich rechts die Höhe hinaufgewandt hatte, die Hand über die Augen haltend gegen die scharfe Sonne. Ehe sich der Weg oben zwischen Mauern zurückzieht, stand sie einen Augenblick still, wie um Atem zu schöpfen, und sah um. Die Marine lag zu ihren Füßen, ringsum türmte sich der schroffe Fels, das Meer blaute in selten Pracht, es war wohl ein Anblick des Stehenbleibens wert. Der Zufall fügte es, dass ihr Blick bei Antoninos Barke vorbeieilend sich mit jenem Blick begegnete, den Antonino ihr nachgeschickt hatte. Sie machten beide eine Bewegung wie Leute, die sich entschuldigen wollen, es sei etwas nur aus Versehen geschehen, worauf das Mädchen mit finsterm Munde ihren Weg fortsetzte. Es war erst eine Stunde nach Mittag, und schon saß Antonin nur zwei Stunden lang auf einer Bank vor der Fischerschenke. Es mußte ihm was durch den Sinn gehen, denn alle fünf Minuten sprang er auf, trat in die Sonne hinaus und überblickte sorgfältig die Wege, die links und rechts nach den zwei Inselstädtchen führen. Das Wetter sei ihm bedenklich, sagte er dann zu der Wirtin der Osterie. Es sei wohl klar, aber erkenne diese Farbe des Himmels und Meeres. Gerade so habe es ausgesehen, ehe der letzte große Sturm war, wo er die englische Familie nur mit Not ans Land gebracht habe. Sie werde sich erinnern. Nein, sagte die Frau. Nun, sie solle an ihn denken, wenn sich's noch vor Nacht verändere. Sind viele Herrschaften drüben, fragte die Wirtin nach einer Weile. Es fängt eben an. Bisher hatten wir schlechte Zeit. Die wegen der Bäder kommen, ließen auf sich warten. Das Frühjahr kam spät. Habt ihr mehr verdient, als wir hier auf Capri? Es hätte nicht ausgereicht, zweimal die Woche Macaroni zu essen, wenn ich bloß auf die Barke angewiesen wäre. Dann und wann einen Brief nach Neapel zu bringen oder einen Signore aufs Meer gerudert, der angeln wollte, das war alles. Aber ihr wisst, dass mein Onkel die großen Orangengärten hat und ein reicher Mann ist. Tonino, sagt er, solange ich lebe, sollst du nicht Not leiden und nachher wird auch für dich gesorgt werden. So habe ich den Winter mit Gottes Hilfe überstanden. Hat er Kinder, euer Onkel? Nein, er war nie verheiratet und lang außer Landes, wo er denn manchen Piaster zusammengebracht hat. Nun hat er vor, eine große Fischerei anzufangen und will mich über das ganze Wesen setzen, das ich nach dem Rechten sehe. So seid ihr ja ein gemachter Mann, Antonino. Der junge Schiffer zuckte die Achseln. Es hat jeder seinen Bündel zu tragen, sagte er. Damit sprang er auf und sah wieder links und rechts nach dem Wetter, obwohl er wissen mußte, daß es nur eine Wetterseite gibt. Ich bringe euch noch eine Flasche, euer Onkel kann's bezahlen, sagte die Wirtin. Nur noch ein Glas, denn ihr habt hier eine feurige Art Wein, der Kopf ist mir schon ganz warm. Er geht nicht ins Blut, ihr könnt trinken, so viel ihr wollt. Da kommt eben ein Mann, mit dem müßt ihr noch eine Weile sitzen und schwatzen. Wirklich kam, das Netz über die Schulter gehängt, die rote Mütze über den geringelten Haaren, der stattliche Padrone, der Schenke von der Höhe herunter. Er hatte Fische in die Stadt gebracht, die jene vornehme Dame bestellt hatte, um sie dem kleinen Pfarrer von Sorrent vorzusetzen. Wie er des jungen Schiffers ansichtig wurde, winkte er ihm herzlich mit der Hand ein Willkommen zu, setzte sich dann neben ihn auf die Bank und fing an zu fragen und zu erzählen. Eben brachte sein Weib eine zweite Flasche des echten, unverfälschten Capri, als der Ufersand zur Linken knisterte und Laurella des Weges von Anna Capri daherkam. Sie grüßte flüchtig mit dem Kopf und stand unschlüssig still. Antonino sprang auf. Ich muss fort, sagte er. Es ist ein Mädchen aus Sorrent, das heute früh mit dem Signor Curato kam und auf die Nacht wieder zu ihrer kranken Mutter will. Nun, nun, es ist noch lang bis Nacht, sagte der Fischer. Sie wird doch Zeit haben, ein Glas Wein zu trinken. Hölle, Frau, bring noch ein Glas. Ich danke, ich trinke nicht, sagte Laurella und blieb in einiger Entfernung. Schenk nur ein, Frau, schenk ein, sie lässt sich nötigen. Lasst sie, sagte der Bursch, sie hat einen harten Kopf, was sie einmal nicht will, das redet ihr kein Heiliger ein. Und damit nahm er eilfertig Abschied, lief nach der Barke hinunter, löste das Seil und stand nun in Erwartung des Mädchens. Die grüßte noch einmal nach der Wirtin der Schenke zurück und ging dann mit zaudernden Schritten der Barke zu. Sie sah vorher nach allen Seiten um, als erwarte sie, dass sich noch andere Gesellschaft einfinden würde. Die Marine aber war menschenleer, die Fischer schliefen oder fuhren im Meer mit Angeln und Netzen, wenige Frauen und Kinder saßen unter den Türen, schlafend oder spinnend, und die Fremden, die am Morgen herübergefahren, warteten die kühlere Tageszeit zur Rückfahrt ab. Sie konnte auch nicht zu lange umschauen, denn ehe sie es wehren konnte, hatte Antonino sie in die Arme genommen und trug sie wie ein Kind in den Nachen. Dann sprang er nach und mit wenigen Ruderschlägen waren sie schon im offenen Meer.